Hallo und herzlich willkommen, ich bin es mal wieder, euer Aikai und ich sage euch in diesem Video, ob man in dem Jahr 2020 noch ein iPhone 6 kaufen sollte. Viel Spaß! Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, das war glaube ich 2014, da war ich live dabei bei der Eröffnung von dem Apple Store in Hannover und habe auch direkt vor Ort für meinen Vater das damals neue iPhone 6 gekauft. Das ist mittlerweile knapp 6 Jahre her und deswegen kommen wir direkt ohne Umschweife zu dem Gerät bzw. zu den technischen Daten. So, wir haben bei dem iPhone 6 ein 4,7 Zoll großes 16 zu 9 Display, was leider nur etwas mehr als HD-Auflösung bietet. Wir haben einen A8 Dual-Core Prozessor mit 1,4 GHz Taktung, wir haben 1 GB Arbeitsspeicher, auf der Rückseite die Hauptkamera hat einen 8 Megapixel Sensor und bietet Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern bei 1080p und die Speichermöglichkeiten waren 16, 64 und 128 GB. Das Wichtige, was man direkt sagen muss, ist, dass dieses Gerät keine iOS-Updates mehr unterstützt. Das Gerät konnte nur bis iOS 12 geupdatet werden, ich glaube 12.4.7 war das und wenn man jetzt auf der Apple-Seite nachschaut, sieht man bei iOS 13 ist das geringste Gerät, was unterstützt wird das iPhone 6 S. Deswegen kommen wir zu der berechtigten Frage, sollte man jetzt noch das iPhone 6 kaufen? Meiner Meinung nach, jein, je nachdem, was man damit vorhat. Für das, wofür ein Smartphone bzw. ein Handy ursprünglich gemacht worden ist, kann man es ohne Probleme kaufen. Also fürs Telefonieren, Nachrichten schreiben, irgendwelche Social Media Dienste benutzen, irgendwelche Videos, Filmchen schauen, das funktioniert alles ohne Probleme. Die Apps werden wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren gut arbeiten bzw. unterstützt werden. Was ich jedoch gut finde, ist, dass das Smartphone halt auch schon so coole Funktionen hat, wie zum Beispiel Touch-ID. Manche finden das immer noch besser als Face-ID, kann ich auch gut nachvollziehen. Durch die Betriebssystemerneuerung sind auch so coole Funktionen hinzugekommen, wie zum Beispiel, dass wir AirDrop benutzen können, also per Bluetooth zwischen unseren Geräten Dateien hin und her schicken können. Wir haben auch allgemein diese Apps Dateien bzw. Files, heißt sie ja glaube ich auf Englisch, wo wir auch Dateien zwischen unseren anderen Geräten, also zwischen unserem iPad oder unserem Mac, unserem PC hin und her schicken und das alles verwalten können. Und soweit ich weiß, können wir auch dieses iPhone als Hub für unser Apple HomeKit benutzen. Ebenfalls zu der Kamera kann man nichts Schlechtes sagen. Ich habe hier als Referenz mein iPhone XS und habe mit beiden Bilder gemacht, direkt hintereinander. Und man sieht natürlich deutlich den Unterschied bei dem iPhone XS, sieht man viel mehr Details, ob es in den Wolken ist oder halt eben in den Bäumen. Es ist nicht so dunkel, also da sieht man wirklich, dass der dynamische Umfang wirklich größer ist. Natürlich, wir haben auch eine höhere Auflösung, 12 Megapixel statt 8 und wir haben auch ein besseres Rauschverhalten. Aber alleine, wenn man daran denkt, dass es einfach nur ein Smartphone ist und für Schnappschüsse und für Bilder im Urlaub mit der Familie ist das eigentlich wirklich vollkommen ausreichend, da muss man sich gar nicht für schämen. Kommen wir jetzt zu den negativen Sachen, die man auch berücksichtigen muss, ist unter anderem, dass das Gerät halt nicht mehr so flüssig sein wird. Unter anderem, weil das halt eben veraltete Technik ist, wie gesagt, das ist jetzt knapp sechs Jahre alt, das Gerät. Wir haben halt auch eben mehrere Betriebssysteme auf dem Smartphone gehabt, das heißt, das Betriebssystem wurde eigentlich für neuere Handys konzipiert. Deswegen sollte man sich bewusst sein, dass es zu Rucklern kommen kann, beziehungsweise, dass wir einfach durch die nicht vorhandene Power auch nicht allzu großartig grafisch anspruchsvolle Sachen benutzen können oder halt eben dann damit rechnen müssen, dass das Gerät warm wird, dass es zu Rucklern kommen wird und so weiter und so fort. Ebenfalls dadurch, dass wir halt nur ein Gigabyte Arbeitsspeicher haben, ist Multitasking auch nicht so ganz groß dabei. Was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich die Akkulaufzeit. Zu der Zeit war das iPhone halt eben bekannt, dass das seine Achillesferse ist, dass die Akkulaufzeiten nicht so groß sind. Das muss man halt eben berücksichtigen, dass es sehr gut sein kann, dass man das Gerät mehrmals täglich laden muss. Und ebenfalls eine wichtige Sache, die ich schon am Anfang erwähnt habe, dass es keine Updates mehr für dieses Gerät geben wird und das ist sehr wichtig, wenn man da irgendwelche wichtigen Dateien haben möchte, irgendwelches Online-Banking machen will oder sowas. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass diese Geräte weniger sicher sind, einfach dadurch, dass Sicherheitslücken entstehen können, dass Hacker sich irgendwelche Zugänge schaffen können, einfach weil das Betriebssystem beziehungsweise das Gerät dadurch dann nicht mehr gepflegt wird. Was gibt es für Alternativen? Ich biete euch zwei Alternativen an, die jetzt mir so spontan eingefallen sind. Die erste wäre es, ein gebrauchtes iPhone 8 zu kaufen auf solchen Plattformen wie eBay, eBay Kleinanzeigen. Da bezahlt man zwar ein paar Hunderter mehr, hat dann aber die Sicherheit, dass man noch für, ich glaube, über zwei Jahre halt eben Updates bekommt und dass das Gerät halt auch noch andere tolle Sachen hat, wie eine bessere Kamera. Wir haben auch die Möglichkeit für Wireless Charging und ebenfalls ist der Akku einfach ein bisschen besser beziehungsweise noch nicht so lange benutzt wie beim iPhone 6. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man noch mehr Geld zur Verfügung hat beziehungsweise investieren möchte, ist dann halt eben sich direkt ein neues iPhone SE zu kaufen. Wie gesagt, das kostet leider etwas mehr, aber dann habt ihr dann auch wirklich die volle Sicherheit, ihr habt neue Technik verbaut, ihr habt Sicherheit, dass ihr für die nächsten fünf Jahre Updates bekommt. Da seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Falls ihr euch doch entscheidet, so ein Gerät zu kaufen, möchte ich euch hier nochmal ein paar Tipps geben, worauf ihr achten solltet. Also was für mich wirklich sehr wichtig ist, dass solche Geräte vollständig sind. Und da sieht man dann halt auch, was das für Leute sind, die solche Geräte verkaufen, beziehungsweise wie die allgemein mit ihren Geräten umgehen. Wenn ich sehe, okay, da ist das Ladekabel und das Netzteil noch nicht benutzt worden, weiß ich, dass die Person auch andere wahrscheinlich iOS-Geräte hat, beziehungsweise Apple-Geräte. Und da bin ich einfach auf der sicheren Seite, weiß, dass das alles vollständig und wahrscheinlich auch gut gepflegt worden ist. Denn das ist ja auch schon der nächste Punkt, dass das Gerät einfach in einem guten Zustand ist. Wenn ich schon wirklich sehe, dass das Gerät runtergekommen ist, dann überlege ich mir lieber zweimal, ob ich sowas kaufe, weil dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person damit nicht gut umgegangen ist, dass die vielleicht sogar innerhalb der nächsten Wochen kaputt geht, größer. Und deswegen achtet einfach darauf, dass der Zustand gut ist, damit ihr euch da nicht ein Eigentor schießt. Die nächste Sache, die ich auch in Betracht ziehen würde, ist, sich zu überlegen, ob man sich eventuell ein Plus-Modell holt. Und natürlich, das Teil ist viel größer und es ist auch nicht mehr so einfach, beziehungsweise unmöglich, das mit einer Hand zu bedienen. Aber die Plus-Modelle bieten halt eben den Vorteil, dass die Akkus deutlich besser sind. Da gab es mehrere unabhängige Tests, die das definitiv gesagt haben, dass die Akkus deutlich besser sind als bei den normalen Modellen. Wir haben auch ein besseres Display, nämlich ein Full-HD-Display. Und wenn man Wert auf solche Sachen legt, dann sollte man sowas halt berücksichtigen. Wie gesagt, das mit dem Akku ist sehr, sehr wichtig. Der nächste Tipp hat wieder mit dem Akku zu tun. Schaut nach, vielleicht findet ihr Geräte, wo der Akku erst letztens gewechselt worden ist. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da gab es auch einen Shitstorm gegen Apple, das mit zunehmender Akkulaufleistung halt auch eben die Prozessorleistung, beziehungsweise allgemein die Performance abgenommen hat. Und dann hat Apple für einen relativ schmalen Taler halt Angebot, den Akku original zu tauschen. Und deswegen, vielleicht findet ihr so ein Gerät und dann habt ihr auf jeden Fall noch die Gewissheit, dass der Akku noch viele Zyklen aushalten wird, wenn er gerade eben erst neu ist. Schaut natürlich, dass ihr ein Gerät kauft ohne irgendwelche iCloud-Sperren. Ich weiß nicht, was sich die Leute da ausdenken, aber dass es da irgendwelche Sperren gibt oder dass das Gerät nicht hundertprozentig zurückgesetzt ist. Versucht einfach wirklich normale Geräte zu kaufen. Versucht da wirklich drauf zu achten. Nicht, dass ihr dann später vielleicht sogar ein Gerät kauft, was geklaut worden ist. Der vorletzte Tipp ist, macht euch klar, wie viel Speicherplatz ihr braucht. Für Leute, die wirklich das Teil nur zum Telefonieren, zum Schreiben haben wollen, dann werden da auch wirklich nur die 16 GB reichen. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr euch aber aus eurer eigenen Erfahrung sicher seid, dass ihr ab und zu mal Fotos oder Videos macht, dann wird sich das ja doch relativ schnell vielleicht summieren und dann wählt dann doch lieber eine der beiden größeren Speichermöglichkeiten. Mein letzter Tipp ist, besonders in der heutigen Zeit, wenn ihr dieses Gerät natürlich bekommt, dann macht das ordentlich sauber, desinfiziert das, ist natürlich klar. Aber setzt das Teil einfach nochmal zurück. Ihr kennt das vielleicht von euren privaten Geräten, von Rechnern oder sowas. Diese Sachen laufen eigentlich immer am besten, wenn sie neu sind. Mit der Zeit installieren sich irgendwelche Dateien oder irgendwelche Sachen sind unauffindbar im System versteckt und die entschleunigen das ganze System. Und deswegen, wenn ihr dieses Smartphone bekommt, setzt es einfach noch einmal zurück, um zu gewährleisten, dass das wirklich komplett zurückgesetzt ist und damit ihr da wirklich die beste Performance bekommen könnt. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, das ist an sich ein gutes Smartphone. Es hat Vor- und Nachteile. Ihr müsst einfach nur eure Prioritäten richtig setzen. Also an sich als Smartphone ist es nach wie vor gut. Jedoch, wie gesagt, durch die fehlenden Updates ist es nicht mehr so sicher, wie es früher mal war. Da müsst ihr euch halt selber entscheiden, was für euch wichtiger ist. Dafür ist halt eben auch der Preis geringer. Und ja, wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.